Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Thierrym. Jetzt geht es weiter mit dem Fußballmanager18. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ja, dann wollen wir mal weiter loslegen. Ja, so eine Woche haben wir noch. Dann sagt das Jahr 2017. Bye bye. Und 2018 sagt dann Hallo. So, ich gehe mal auf einen Kommentar ein, was Sebastian geschrieben hat. Thierrym, vielleicht könntest du noch Maß anbieten, wenn noch nicht alles vorbei ist. Ne, ist noch nicht vorbei. Ich hatte es bereits schon ihn auf Transferliste gesetzt, sowie unser dritter Torwart, der Kirsch. Ein bisschen ein kleiner Wagnis. Wenn jetzt, wenn jetzt unser Haupttorwart ausfällt, sprich der Mark, den haben wir noch den Böttcher. Und wenn er ausfällt, dann haben wir zur Not noch, naja, einer von Jugend, den Arndt Felix. Der könnte zur Not auch noch spielen. Von daher dachte ich, dass ich den, wo ist er? Da, der Kirsch. Das sehe ich mir ein bisschen zu alt. Und der große Unterschied sind fünf Punkte. Macht das auch nicht so wirklich was aus. Von daher dachte ich so, kannst ihn auch verkaufen. Oder besser gesagt abgeben. Wie schon, wie ihr seht, ablöse 0 Euro. Nicht interessiert, nicht interessiert. Die wollen alle keinen Torwart. Ja gut, bei der hoch brauche ich nicht gehen. Klar, FC Hansa. Macht Sinn. Mal gucken. So, und dann hatte ich noch den Mars. Na, Spiel anbieten. Da haben wir es. So, das gleiche mache ich auch. Sehr gut, haben wir das auch erledigt. Dann geht es weiter. So, im privaten Bereich wollte ich noch mal gucken. Habe ich alles ausgewählt. Neue Nachrichten haben wir nicht. Genau, Pots haben wir wieder hochgeholt. Gut, dann kann die Woche losgehen. Die allerliste Woche. Mal gucken, ob wir noch die beiden abgeben können. Wäre nicht schlecht. Damit unser Gehaltsbudget ein bisschen verbessert, sodass wir den Mark, ja, den Vertrag schon verlängern können. So. Konterspiel. Ja. Lange Pässe. Große Pässe. Also. Dann machen wir noch ein bisschen Kontertraining. So. Hier machen wir Abseitsfalle. Lange Pässe. Nichts, sondern kurze Pässe. Und zum Schluss die Torhüter. Ah, siehst du. Ähm. Dann machen wir ein bisschen Individuelles. Schlüssel. Schlüssel. Und das war es dann auch. Können wir mal gucken, was hier los ist. Alles grün. Ja. Gut. Jetzt spielen wir mal wieder ein bisschen Golf. Ja, Mars. Bitteschön. Du kannst gerne da hin. Ja, ich könnte jetzt ein bisschen fordern, aber ich würde ihn los haben. Los werden. Ja. Kirsch. Möchte keine haben, ne? Ähm. Nie. Felix. Michalski hat, ja, das wieder verletzt mit Leistenproblemen. Der ist ja auch ordentlich verletzt, ne? Die letzte Zeit. Abbruch. Ähm. Wie konnte man das irgendwo, irgendwo konnte man da sehen? Details. Ja, hier. Aber ordentlich. Ja, das sind nur ein paar Tage, aber hauptsächlich Prellung. Psychische Probleme und Leistenprobleme. Ja, gut. Bisschen ärgerlich. 5.000. Näääää. Näääää. Lohnt sich nicht. Ich probier's nochmal mit anbieten. Könnten die mal, weiß ich nicht, nach Schweiz? Die haben auch kein Interesse. Oder nach Türkei? Tahiti, Tahiti, hm, hätte ja sein können, gut, Kopf spielen, sehr schön, ja, ES-Mannschaft ist nicht so richtig aufgestellt, das weiß ich, ein Jugendspiel entdeckt, ein Stürmer, 21, 26, äh, 16 Jahre alt, hm, kann Ball halten, Temperament, ich glaube, das ist der erste, den wir abgeben, ne, also der auch zu Hause bleiben kann, weil ich glaube, Sturm haben wir genug, ne, 19, 21, hm, Antritt ist einigermaßen, Beweglichkeit, Sprungkraft, wie hoch bist du denn, 1,84, ach, so groß wie ich. Helmut, was mache ich mit dir? Ja, der letzte, der letzte, so, halt, hier wollte ich Golf spielen, super. So, ich soll ein bisschen reden, dann machen wir das mal ein bisschen. Ziemlich mal, ich verstehe, ich glaube, das habe ich so eh nicht schon gesagt, ne? Ich wünsche für die Zukunft alles Gute, denn den habe ich, oder noch ab, du, ne? Ich wünsche für die Zukunft alles Gute, denn haben wir dann noch Studier, ich wünsche hier alles Gute. Ich glaube, das war's, ne? Habe ich jemanden vergessen? Hier. Bye, bye. Sieht sehr gut. Ja, zwei, drei, ja, bekommen wir. Ist besser als gar nichts. Ähm. Ähm. Okay. Oh, ich habe Gehalt bekommen. Siehe ich. Kaminski ist noch immer in der Krise. Schauen wir mal. So. Ähm. Ähm. Fussball ist das Monat Dezember. Wörtel. Lehmann. Dorski. Lehmann. Dorski. Lehmann. Okay. Schilling ist für drei Wochen. Okay. Kaminski ist in der Krise. Hey, Kumpel. Du hältst sich gut für dein Alter. Ähm. Ähm. Er macht da gar kein so Ungleich. Ich glaube nicht, dass das gespielt viel gebracht hat. Radar hat an seine Schwäche gearbeitet. Lange Pässe um zwei verbessert. Ja. Cool. Ist gut trainiert. Oh. Reuter ist noch angeschlagen. Ehhh. Nee. Aber was ist mit Sardot los? Ja. Wo ist er denn? Sardot. Was für Probleme hast du? Du kannst bloß japanisch. Marktwert, Gehalt, okay. Ah. Bisschen löt, ne? Bisschen löt, ne? Bisschen löt bist du schon. Ähm. Gucken wir mal. Hier. Ich kann das mal versuchen. Bumpel, was ist los, ne? Wie geht's dir eigentlich? Erzähl mal. Ist froh, dass sie ihn nicht vergessen haben. Ich habe, ich brauche einfach das Gefühl, ein wichtiger Teil des Teams zu sein. Ja. Okay. Fein. Haben wir das auch erledigt. Scouts. Nein. Privater Bereich. Wieder einmal gespielt. Ein bisschen Golf. Naja, ja, ja. Weiter, weiter. So. Ja. Hallo. 2018. Ja. Gucken wir mal. Die Auf- und Abbewertung. Ja, mag, ne? Wenn er nichts zugelegt hat. Und? Oh. Oh. Zwei Punkte mehr. Sehr schön. Das war's. Es folgt jetzt mein Jugendbereich. Äh. Rheinmann. Rheinmann. Oh. Einmal stärker. Hat sehr guten Mentor. Okay. Und das war's. Okay. Ne. Mark hat sich nicht verbessert. Alte und neue. Äh. Konstanz. Okay. Bloß der Rheinmann hat sich etwas verbessert. Okay. Haben wir das auch geregelt. Tim-Dim. Probieren wir gleich mal. Oh. 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 Ich muss Ihnen sagen, Herr Thierrym von YouTube, dass ich das sehr schade finde. Er war mein bester Freund im Team. Oh. Moral sinkt um 10. Teilte mit, dass er seinen Vertrag bei Ihnen nicht verlängert wird. Schauen Sie. Bei mir kommt doch derzeit alles zusammen. Ich brauche ohnehin Luftveränderung. Und jetzt kommt noch hinzu, dass mein Freund... Ja, weißt du was Reuter? Räuter. Er hatte eben Auslauf im Vertrag. Komm. Schade. Ich möchte den verbessern. Sonst würde ich mal sagen, hauen wir raus. Tschüss. Okay. Ja. Wir könnten ja mal versuchen. Mark. Gut, ich möchte mit dir einmal reden. So einmal. Ich muss den. Mark, kann ich mit dir reden? Ich werde dir eine anbieten, weil ich dich behalten möchte. In Ordnung. Ich warte in kürze ein Eingebot. Da muss aber auch direkt was kommen, sonst brauchen wir gar nicht weiter zu reden. Ja, ich werde jetzt mit dir hoffentlich Vertrag verlängern. Du kriegst einen Fuffi. Ja, los. Stamm. Du bist ein wichtiger Spieler. Den kriegst du nur noch ein bisschen Abzug hiervon. So. Lehnt ab. Ne. Wenn ich sage, pass auf hier. Ein schnelles Angebot. Vertrag um 2. 2. So. So. Mach es auch nicht mit. Ängerlich. Vertrag auflösen. Grundkarte erhöhen. Na gut. Schade. Schade, schade. 22 haben wir jetzt ein Handicap. Das ist ja blöd. Ich mach mal kurz mal Aufstellassistenz. Wenn zwei, drei, vier Leute fehlen. Zack. Weiter. Oh Mann, oh Mann. Das ärgert mich ja mit Marc. Oh so. Ich werde jetzt einmal kurz mal schneiden. Na, wo ist denn das jetzt hier? Ich will ja noch einmal probieren. Alles rüber switchen. Ich werde das alles jetzt auf Gehalt donnern. Können das auch nochmal versuchen. So. Ich melde mich gleich wieder. Jetzt habe ich alles rüber gezwitscht. Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich werde das zurück. Dann bin ich nicht hoch genug. Um Ihnen diese Schöne zu gewähren. Vielleicht kommen wir später. Okay. Na gut. Na gut. Gut, 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 gut. Ich würde mal sagen. Ja, los. Machen wir die Woche noch zu Ende. Ich werde noch ein bisschen mir das zurecht schneiden. So. Da sind wir. Wir haben einen neuen Verteidiger. Ja, mit 13. Nee, du kannst zu Hause bleiben. Ja, mit einem halben Stern. Nee. Komm. Was bist du denn? Härte. Glas 1. Nee. Nee. Äh, Gladro. Nein. Michalski ist wieder fit. Potz. Sehr schön. Hat einen guten Formanstieg. So. Okay. Ja. Was meint ihr? Ist bisschen blöd, dass ich ihn Mark hier nicht irgendwie verlängern kann. Kann ja nochmal versuchen jetzt. Vertrag verlängern. Und wenn ich jetzt sag, hier. So. 100. Ich mach normal. So. So. Na gut. Ist leider nicht machbar. Ägerlich. 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 Na gut. Na gut. Kann man nichts machen, ne? Äh. Wieso? Ihr habt doch Geld. Wieso macht ihr nicht darauf? Ja. Da beende ich mal die Folge. Ja. Schade, dass ich dem Mark ja keinen Vertrag anbieten konnte. Ja. Ein wenig ägerlich. Aber. Vielleicht kriegen wir das demnächst nochmal hin. So. Denn würde ich mal sagen. Ja, ne? Lass mir einen Daumen hoch. Da, ne? Einen Daumen nach oben. Lass mir einen Kommentar da. Und. Ja. Dann sehen wir uns. Uns. In der nächsten Folge. Ja. Uns wieder. Und dann. Ja. Viel Spaß bei meinen anderen Videos. Ich bin jetzt wie weg. Ich werde jetzt speichern. So. Und. Tschüssi. Bis zum sind. Bis zum sind.